Liebe Kinder, herzlich willkommen bei Pandido, eurem YouTube-Kanal für Spielzeug und Geschichten. Das ist der dritte Teil von Laura und Lisa, dem Dinosaurier-Baby. Gerade verstecken sich Laura und Lisa vor Bert. Der hat aber eine Spur aufgenommen und wird die zwei bald entdecken. Aber Laura hat noch einen anderen Dino entdeckt, der auf sie zukommt. Keine Sorge, ich habe einen Plan, sagt Laura. Dort hinten kommt Zajana. Zajana ist eine alte Freundin von mir. Sie mag Bert auch nicht besonders. Wird uns helfen. Langsam kommt Zajana herangelaufen. Sie hatte auch den Vulkanausbruch gehört und war neugierig geworden. Zajana, Zajana, du musst uns helfen. Bert ist hinter uns her und hat schrecklichen Hunger. Aber ich habe einen Plan. Hilfst du uns? Klar, Bert mag ich auch nicht besonders. Ich locke Bert hinter mir her. Du versteckst dich hinter dem Vulkan. Super Idee! Wenn Bernd vorbeikommt, dann stellst du ihm mit deinem Schwanz ein Bein. Abgemacht? Okay, dann lass uns loslegen. Lisa, du bleibst ganz ruhig. Dem wischen wir eins aus. Laura geht langsam zu Bernd. Hey, Bernd, hast du Hunger? Dafür musst du mich erst mal fangen. Haha, nichts leichter als das. Ich bin schneller als du. Hihi, denkst du? Die beiden rennen los, so schnell sie nur können. Haha, na warte, ich hole dich noch ein. Haha. Wie abgemacht, stellt Zajana plötzlich am Vulkan Bernd ein Bein. Ah! Na, wie gefällt dir das, Bernd? Na wartet, euch kriege ich noch. Schon wieder nichts zu essen? Traurig läuft Bernd davon. Puh, das ist nochmal gut gegangen. Vielen Dank für deine Hilfe, Zajana. Gerne. Was haltet ihr davon, wenn wir zusammen weiterziehen? Das ist sicherer. Oh ja, gute Idee. Juhu, Mama, du bist cool. Und Zajana, das war spitze. Lasst uns alle zusammen durch die Wälder ziehen. So, das war die Geschichte von Laura und Lisa, dem Brachiosaurus-Baby. Wir hoffen, euch hat die Geschichte gut gefallen. Wenn ihr noch mehr spannendes Spielzeug und Geschichten sehen möchtet, dann klickt einfach auf die kleinen Videos unten im Bild. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt uns doch einen Daumen hoch. Schreibt uns in den Kommentaren, was eure Lieblingsspielzeuge sind. Wir antworten euch dann so schnell es geht. Bis bald, euer Pandido-Kanal.